Es gibt Frauen, die haben keine Probleme, passende Oberteile zu finden. Damit wird es schon ein bisschen schwieriger. Und wenn sie eine richtig große Oberweite haben, dann kennen sie bestimmt das Problem. Passt die Bluse an der Taille, dann spannt und klafft sie an der Brust meistens. Und wenn sie sie in die Nummer größer nehmen und sie an der Brust passt, dann ist sie an der Taille, an der Schulter und an den Armen zu weit. Mein Name ist Eva-Marisa Elsässer und ich habe Maximila gegründet, das erste busenfreundliche Label Deutschlands. Wir haben genau für ihr Problem eine Lösung. Wir machen Mode in normalen Konfektionsgrößen, die aber an der Brust ein bisschen mehr Platz lässt. Sie können bei uns sogar zwischen zwei oberweiten Größen wählen. K steht für kurvig und SK steht für sehr kurvig. Und das ist das, was wir busenfreundlich nennen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das aussieht. Unsere Blusen sind speziell geschnitten. Die Wiener Naht sorgt dafür, dass es am Busen mehr Volumen gibt, aber dass die Taille trotzdem schön schmal ist. Die Bluse hat einen Knopf mehr. Die Knopflöcher sind horizontal und die Knöpfe leicht versetzt angenäht. Das verhindert, dass die Bluse an der Brust aufklafft. Die Bluse ist aus Baumwolle mit 3% Elastan. Deswegen engt sie nicht ein, aber ist trotzdem schön figurbetont. Gerade bei viel Oberweite ist es wichtig, dass die Figur definiert wird und nicht verhüllt. Und dann stimmen auch die Proportionen. Haben Sie auch Lust bekommen auf die perfekte Bluse? Dann besuchen Sie uns auf www.maximila.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.